so ich habe jetzt mein schönes investpaket bekommen packen wir gleich mal aus gehen wir mal hinter das ist schwer gut dann machen wir es dann mal auf und mal rein was da drin ist macht sie bloß immer blöd da muss zwei händen hat so vorsichtig aber ich glaube ich hole mal das stativ macht sich besser geht das nicht so würde ich sagen macht es besser habe ich eine hand frei so mal auf die ganze sache habe ich mich schon die ganze woche drauf gefreut es gibt ja so viele leute die sich mittlerweile so drohen und so ein zeug zugelegt haben und ich will ja auch mal ein paar bessere aufnahmen machen und da dachte ich mir mal holst du mal so ein spielzeug aber ich habe nicht gerade die teuerste geholt ich habe da auch lange geschaut im internet wo ich da günstig was bekomme und was einigermaßen für mich gut ist also mir ging es da auch wegen 4k in der kamera so dann gucken wir mal was drin ist ja manche werden jetzt sagen so ein scheiß ding aber für mich reicht relativ preiswert geht nicht auf das mal weiter aufschneiden relativ preiswert ich wollte jetzt keine 800 bis 1500 ausgeben um das einfach mal zu probieren wenn es nicht wird verkauf ich es wieder kommt dann ist aber erst mal testen das ding überhaupt funktioniert so ich werde es mal weg holen so bin ja gespannt gucken wir mal rein ich habe es jetzt bloß im internet mal gesehen das sind ja richtig schöne kleine spielsachen nicht schlecht geil es ist doch was leute spielzeug für große männer so muss ich mal gucken was man das alles drin hier ist dann alles so da gibt es noch ein bisschen werkzeug habe ich noch dazu habe ich noch die steuerung brauche ich auch noch ein akku das war mir auch wichtig und dann noch den ganzen kleinen krempe was man dazu ist so finde ich geil hat schon was auch die tasche sieht schön aus kann man dann irgendwann mal wenn es kaputt ist als fototasche nutzen das ist schon feines feines teil so guck mal so was habe ich noch nie in der hand gehabt das ist ja wahnsinn schon geile technik nicht schlecht so kann man nicht meckern aber schön gleich in das spielzeug so okay ja das wollte ich euch jetzt mal zeigen das werde ich erstmal durchlesen wie das alles funktioniert die akkus voll machen und vielleicht gibt es heute noch so einen kleinen testflug gucken wir mal auch8 ich leute leute die leute Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.